Die Universität Das Badehaus Ah nein, ein Theater Braucht eh kein Mensch Kultur Was soll denn der Blödsinn So, dann machen wir den Galgen da weg Das Volk bekommt kein Baumaterial Das weiß ich doch Dann machen wir mal den da weg Und den da Was ich noch nicht so ganz nachvollziehen kann Ist Wann gibt ein Spieler auf Also ich meine, der Konto Der bleibt ja ewig Also es bleiben ja immer diese Ruinen Von den Marktplätzen Und so Komm mal, der da oben ist jetzt zum Beispiel weg Aber es gibt hinten immer noch Einzugsgebiet Also ich verstehe nicht Nach welchem Argument Oder mit welcher Begründung So ein Marktplatz plötzlich verschwindet Und so Und so So, da gäbe es jetzt die Möglichkeit, einen Turm anzugreifen. Also der eine Marktplatz ist weg. Ich würde jetzt eigentlich fast auf diesen Turm gehen. Einfach damit wir es gemacht haben. Gut, da haben wir jetzt einen verloren. Ich bin gerade am überlegen, ob ich von der anderen Seite komme. Komm, wir gehen in ein Schiff. Dann kommen wir von der anderen Seite und machen die Marktplätze platt. Bevor ich mir jetzt zu viele meiner Soldaten opfe, machen wir das ein bisschen strategisch. Aber nur ein bisschen. So, warte mal. Die 2 wäre hier. Dann geht doch bitte in die 2. Gut, und der fährt jetzt da hin. Dann könnt ihr nämlich da hochlaufen. In aller Ruhe. Da ist ein Marktplatz, da ist ein Marktplatz, da ist ein Marktplatz, eine Ruine. Der eine ist vorher abgerissen worden und der andere auch. So, dann 3. Shift, 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 Shift und Shift. Steuerung 3. So, dann geht es weiter. so so wollte ich das eigentlich nicht jungs ich wollte dass ihr alle hierhin geht genau und jetzt könnt ihr von mir aus da die bäume platt machen war wieder so klar okay ich werde meine kanonieren doch wieder opfern ja gut da hätte ich vorher von der anderen seite genauso machen können okay 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 so habe ich jetzt eigentlich eisenerz hier nein immer noch nicht warum eigentlich ach ja weil ich ja blöd bin wo ist denn jetzt dieses bescheuerte schiff das das in der gegend rum hätte karren sollen wo sind das schiff zu jetzt dieses werkzeug hätte holen sollen ach da ehrlich gesagt haben nehmen das werkzeug von hier genau so dann fährst du mal da hoch naja so das ist immer dieses also da bin ich einfach wirklich nicht multitasking fähig muss ich sagen bei sowas da bin ich echt und da unten haben sie eine neue ding gebaut so und dann kannst du eigentlich zurück ach warte ne das kann ich nicht ich muss okay okay du darfst du darfst jetzt einfach wirklich darunter fahren wieder und die leute einsammeln bist du nein bist du nicht bist du auch nicht also manchmal seid ihr echt doof ihr piraten neue soldaten sind verfügbar so mach mal die platt mach mal die platt so dann würde ich von der anderen seite mal kommen und wirklich hier die ganzen waffen schmieden gedönse platt machen bei gelegenheit so geld habe ich immer noch genug würde mal wieder speichern bei gelegenheit so nein die raten greifen euch an sag mal könnt ihr jetzt eigentlich mal lassen hm okay du gehst mal dahin du gehst auch mal dahin wir müssen das schiff reparieren zwar beide man 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 okay also du da oben ja wunderbar und ja wunderbar so und dann will ich einen steinbruch und zwar da nicht so dämlich da drüben so und dann will ich eine tiefe erzmine und zwar da so und dann kannst du das hier noch ausladen ach neue soldaten sind verfügbar nimm das auch zurück nimm das auch zurück nimm das auch zurück und sagen hey komm kann alles über bord ist mir egal ups so und dann würde ich eigentlich mit dir mal vielleicht da runter gehen meine schiffe aufpassen so weil die piraten die gehen mir grad schon auf den zeiger da 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 und dass der typ so penetrant ist geht mir auch auf den zeiger und dass er auch so penetrant türme baut also wie gesagt ich würde jetzt eigentlich gerne von allen möglichen seiten also muss ich von der seite kommen genau so und du kannst dahin dein schiff reparieren du kannst eigentlich hier und hier also das kriegssystem in anno das finde ich ein bisschen sehr langwierig ich mag das wie gesagt ich mag das dass anno so langsam ist aber beim kämpfen dauert mir das echt immer alles viel zu lange so und stoffe ok stoffe erholen sich grad so ein bisschen klamotten haben wir genug deswegen wir haben eigentlich alles genug bis auf stoffe aber die stoffe erholen sich grad wie gesagt eine einheit wurde ausgebildet ja das ist schön geh doch bitte dahin super das schiff dauert einfach ewig so und du kannst eigentlich alles über bord werfen das juckt mich grad nicht ich hab mich eh zu viele von so und dann würde ich doch hier mal sagen hier mal sagen reparieren dankeschön ok der da ist weg der marktplatz ist auch weg es gibt nur noch die drei da ist einer noch ein schiff wurde repariert wunderbar dann kann dieses schiff jetzt nämlich wieder sich auf seine route begeben und ich bringe die ersten drei schon mal hoch ich weiß nämlich schon genau wo ich sie hin haben will ich will die da haben und da sollte mir alles mögliche platt machen zum einen diese kanonengießerei zum anderen den holzfäller wiederum und so weiter so 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 also zu mir haben sie genug und dann würde ich eigentlich hier hoch und darüber allo eine einheit wurde ausgebildet das ist auch schön wo bist denn du da 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 so da ist er ja schon so dann würde ich 123 sagen so und so kanonengießerei ist weg auch weg so du stehen bleiben jungs genau nicht zu nah an diesen gefechtsturm wunderbar wunderbar und dann könnt ihr wieder zurück und ich sagte ihr könnt zurück auf schiff neue einheiten sind bereit auch gut so dann können wir eigentlich sagen 1 2 3 4 5 so das sind dann die nächsten da 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 tom 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 hatte ich nicht mal drei irgendwie komisch wunderbar okay den haben haben sie aufgegeben das finde ich schön mich wundert nur noch naja wegen dem da aber mich wundert auch okay wegen dem da oben wahrscheinlich so da muss ich wirklich einfach von außen 123 also das mit dem schiff und kanonieren das ist ein bisschen ätzend so so ja komm du mauer verschwinde mal weg 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 immer das gleiche mit euch es ist echt immer das gleiche mit euch so du kannst eigentlich mal die nächsten holen die waren ja da so wo sind meine kanoniere jetzt das volk bekommt kein baumaterial ich weiß dass das volk kein baumaterial sind baumaterial bekommt das können wir eigentlich auch gleich raus lassen so wie schaut es denn jetzt eigentlich aus mit eisenerz immer noch nicht ich dachte ich hätte ein schiff das mir eisenerz holt oder ist es das falsche so route ist doch drei bergen hier ne so so